Boah, okay. Wieder mal nicht mein Versagen, sondern seins. Ich glaube, unten war irgendwas. Okay, war nichts. Hier, aber das überlebt er nicht, oder wie? Willst du mich eigentlich verarschen? Was mache ich denn wieder falsch? Alter, was? Wie war das denn? Oh Gott, oh Gott. Also mir ist klar, dass ich den Strom irgendwie ausschauen muss. Ja, das ist mir bewusst. Och, Kindchen. Wirklich, ey, steht mir nicht so an. Nee, 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 junge, 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 junge. mal. Scheiße auf, Schüler. Komm. Ein richtiges Busch, Kind, ey. Ja. Ja, es ist gut gemacht. Schauen wir vielleicht. Vielleicht ist da ja was. Springen wir mal runter. Gute Idee. Okay. Klopfe ich mir gleich selber auf die Schulter für. Oh. Alter, ich bin zu doof, Mann. Na, den Sprung schaffe ich relativ sicher nicht. Hey, jetzt ist es schlimm, wenn man dumm ist, wirklich. Kommt schon. Oh Gott. Was muss ich machen? Kommt schon. Oh. Geschafft. Ich bin es mir zwar zu 100% sicher, dass es der falsche Weg war. Aber egal. Boah. Ich glaube, beim letzten Mal, als ich das gespielt habe, ich meine, es ist jetzt auch schon was her. Aber ich glaube, da bin ich echt einen anderen Weg gegangen. Da war ich nicht so doof. Es gibt noch irgendwas. Irgendwie kann man da was ändern. Ich weiß aber nicht, wie. Na egal. Hauptsache, hat jetzt geklappt. Und wir können mal ein bisschen weiter gehen. Ja, jetzt geht hier natürlich alles kaputt. Boah. Wieder mal grandios gemeistert. Na ja, okay. Das kenne ich noch. Da musste ich das hier unterziehen. Ah, da hat er auch ein paar Mal so heftig versagt. Ja, so zum Beispiel. Oh, komm schon. Okay, schafft er. Okay, 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 okay. Sauber. Direkt beim ersten Versuch. Bin stolz auf dich. So, schauen wir mal. Okay. Da ist also nichts. Gut. Das ist schon spannend, manchmal. Ah, da ist wieder eins dieser abgefuckten scheiß Viecher, die ich so unfassbar toll finde. Naja, super. Aber wenigstens schluft er dann mal nicht durch die Gegend und bewegt sich mal. Die lahme Sau. Na, ich glaube, hier ist Licht. Na ja, gut, dann kann man das hier direkt ändern. Gut. Ja. Okay, das Rätsel war jetzt eher bescheiden. Glaube ich, wenn ich jetzt nicht wieder irgendwo einfach so getötet werde. Wie lange trage ich das scheiß Viech bitte noch? Ich glaube, hier ungefähr habe ich das letzte Mal das LP komplett abgebrochen. Also, äh, die Aufnahme beendet. Weil ich das Rätsel nicht gepackt habe. Glaube ich. Alter, wie... Okay. Mal schauen, vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Vielleicht habe ich ja jetzt... Äh, keine Ahnung. Vielleicht bin ich schlau geworden über Nacht. Ich weiß es nicht. Sieht sehr gesund aus. Sieht sehr gesund aus. Boah. Alter Vater, gerade so. Und da sind wieder meine Freunde. Das sind die einzigen Viecher, die ich nicht scheiße finde. Gut gemacht. Gute Idee. Das mit dem Runterspringen, das habe ich echt drauf. Boah. So, schauen wir mal. Ich glaube, da hinten, da war dieses eine Rätsel mit diesen... Wie heißt das? Boah, hier das Ding, da habe ich auch... Das ist auch so ein richtiger Abfuck, das Teil, weil da musst du hin und her gehen, damit es schwingt. Und sonst packst du den Sprung nicht und bla bla bla. Kaum. Vor allem jedes Mal wenig sterben, das ist einfach so dumm, weil ich kenne das ja eigentlich schon ein bisschen. Äh, richtig peinlich. So, einmal machen wir noch. So. Jetzt, 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 jetzt. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst, Junge. Streck doch mal deine hässlichen Arme aus, du kleiner Lappen, ey. Boah, jetzt darf ich doch fünf Jahre hier rumgammeln, ey. So ein unfähiges, unfähiges, kleines Wesen, ey. Unfassbar. Der sieht einfach so aus, den will ich schon boxen, ganz ehrlich, ey. Richtiger Lauch. So, einmal noch. Und wenn du es dann nicht schaffst, Junge, na, ich schwör's, Alter. Dann haben wir zwei aber ein Problem. So, jetzt, 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 komm, 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 das packt er wieder nicht, das packt er wieder nicht, ne. Ich seh das schon, ich seh das schon, du kleiner Lappen, ey. Ja, jetzt, aber so, wenn du das jetzt, nee. Boah, ich bleib gleich einfach hier stehen, Alter. Hab ich wieder scheiße gebaut, jetzt. Aber jetzt, so, komm, Alter, wenn es jetzt, jetzt musst du es aber fangen, Freundchen. Boah, ganz großes Kino. So, okay. Oui. Du wirst doch gern echt mal, wieso ich hier eigentlich in diesem scheiß Wald bin und was ich überhaupt mache und überhaupt alles, keine Ahnung. So, ich würde sagen, ich hole jetzt erstmal die Kiste und stelle die hier vorne hin. Oder kann das sein, dass ich hier hoch muss und mir eine andere Kiste geiern muss? Auch wenn ich da jetzt keine gesehen habe, aber, keine Ahnung. War da eine Kiste irgendwo? Ey, ich hab keinen Bock, dass der jetzt wieder dahin schlurft und fünf Jahre brauchen, dann ist da nichts. Wehe, da ist jetzt keine Kiste, wirklich. Dann bin ich echt böse. Sieht nicht gut aus. Hier ist auch nichts. Ah, warte. Na, komm. Nein. Nein, okay. Er ist einfach nur minder bemittelt und bückt sich da. Aber da ist... Oder? Nein, das ist natürlich keine Kiste. Kann ich da vielleicht... Oder... Nein. Ach, egal. Ich glaub, da muss ich wieder hoch. Der Feil ist ja, glaub ich, eigentlich zum Spaß da. Obwohl, da komm ich ja auch irgendwo her, ne? Ach, Gott. Alles zu kompliziert. Was ist da? Da hängt doch eine Kiste, oder? Oder was ist das da? Nee, ich bin echt, also... Das Spiel überfordert mich. So, schauen wir uns jetzt erstmal das Rätsel hier an. Und hoffen, dass ich nicht hier hoch muss. Und irgendwas vergessen hab, was jetzt... Oder muss ich da vielleicht an dem scheiß Hebel ziehen? Oder ist das überhaupt ein Hebel? Ja, nein. Oh, Mann. Mann. Kindchen. Reg doch nicht auf. Hoffen wir mal, dass es kein Hebel ist. Oder so ging das doch genau. Dann war da nur das Problem, dass ich hier... Na komm. Warte, wann auch kann ich das? War da das vielleicht... Wenn ich hier vielleicht... Nee. Ich glaube, das ist eine dumme Idee. Gut. Nein. Weniger gut. Lass es sein. Ganz vorsichtig. Warte, ich kann die auch ziehen. Ich kann die auch ziehen. Ganz ruhig. Oder muss ich da hoch? Aber ich glaub, das reicht nicht mit einer Kiste. Oder warte, ich lass die mal hier drauf und guck mal weiter. Genau, hier war diese hässliche Waage. So, vielleicht ist hier noch eine andere Kiste. Oder ein Hebel. Ein Hebel ist auch nicht schlecht. Oder? Okay. Nein, das ist nicht dein Ernst. Mal schauen. Warte, kann das sein, dass ich das Ding so... Nee, das ist Schwachsinn. Ich mach grad wieder nur Schwachsinn. Warte. Also jetzt mach keinen Quatsch. Gut. Ich glaub, dann geht das nicht mehr klar, ja? Äh. Ah, warte, warte. Ich hab, glaub ich, den Masterplan. Ja. Und, komm. Oh! Och, Kindchen! Och, Mann, wieso bist du denn so ein Lauch? Ey, ich mach schon alles verkehrt hier. Warte, muss ich vielleicht... Och, was muss ich tun? Ne, ich glaub, das ist es auch nicht. Oder muss ich vielleicht von da oben auf die Kiste runter, damit das sozusagen, ne, so ein bisschen hier, weißt du Bescheid? Warte, komm ich da überhaupt dran? Natürlich nicht. Mann, du bist so minder... Reg mich doch nicht auf, Kind. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaub, ich glaub, ich muss hier unten dran ziehen und es schwingen, damit ich dann da oben drauf springe. Aber ich hab keinen Plan. Das könnte auch absoluter Bullshit sein. Oder kann ich das vielleicht hin bis hinten? Nein, okay. Ey, häng dich doch bitte einfach dran, Alter. Und dann fall runter und brich dir das Genick und dann steht da bitte Game Over, damit ich mir das nicht mehr antun muss. Meine Fresse, ey. Ey, da ist doch nicht zum Spaß ein Hebel dran. Da muss man doch bestimmt dran ziehen. Ja, komm. Ja. Ja, das war nicht verkehrt. Das war relativ sicher nicht verkehrt. Fuck, aber das war verkehrt. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Gut, jetzt genau. Und jetzt so? Ja, kann das sein, kann das sein? Ich weiß es nicht. Nein, ist natürlich wieder das Schwachste gewesen. Oh Gott. Oder muss ich das mit einer Kiste machen? Mann, ich hab doch keinen Plan, Mann. Muss ich das mit einer Kiste irgendwie? Ey, ich, Mann. Aber die krieg ich ja nicht mal da drauf, wa? Hm. Ne. Ich bin schon wieder zu blöd. Das regt mich grad ein bisschen auf. Also, ich muss da dran. Und ich muss die Kiste hier rüber bekommen. Okay. Kann das sein? Und jetzt die Kiste da drauf? Nein, das Bullshit, oder? Nee, das kriegt er eh nicht in, weil da ein Lappen ist. Oder hätte ich die vielleicht drauf lassen sollen, die Scheißkiste? Okay, nein, geht nicht. Kann das... Nein. Ey, ist doch Schwachsinn. Ich blick des Rätts wieder nicht, Mann. Warte mal schauen. Ne. Oh, das ist schlimm, wenn man dumm ist. Das ist wirklich schlimm. Ne, ich blick's wieder nicht. Oder warte, kann das sein, dass ich das... Kann das sein, dass ich das einfach ganz nach links ziehen muss? Ja, natürlich, oder? War ich doch, oder? Boah. Unfassbar. Fast beim ersten Versuch. Aber ich bin nicht gestorben dabei.